Ohrenfee? Was? Nanananana So, herzlich willkommen zu Bad Dream Cyclops New Game Alles klar Wow Anscheinend habe ich das nicht auf Deutsch gestellt Naja, scheiß drauf So Was haben wir hier Cyclops damit Sein Auge ist zu Okay, wir können nach da und nach da und nach da Ah, gehen wir mal rein Alles klar Wow Zahnfee Zahn Blablabla Gleich Münze Okay, wir brauchen einen Zahn Wozu dafür bekommen wir einen Zahn denn? Ruhig, ruhig, alles gut Mein Gott, ich nehme das schon nicht weg What the fuck? Anscheinend ist er ziemlich badass Niemand kann an ihnen vorbei Alles klar Habe ich mir grad mein Auge ausgestochen? Warte Wah Alles klar Alles 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 klar Alles klar Alles klar Ich habe mir grad mein eigenes Auge ausgestochen, oder was? Bin ich, gehe ich? Okay, dann muss ich, ich muss wohl realistisch bleiben Ich habe noch ein scheiß Auge, okay Aber guck mal Oder ist das ein Spiegelbild, das weiß ich nicht Na egal, ich habe ja jetzt nur noch Wo ist er? Bitteschön Geil, ein Ohr Wir haben ein Ohr und ein Auge Alles klar Alles klar Okay Wofür brauche ich die Teile? Wofür brauche ich Körperteile? Das ergibt keinen Sinn Alles klar Alles klar Wofür brauche ich die denn? Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Oh Ein Hammer Das ist doch ein absoluter Hammer Alles klar Ah yeah So welche Sachen kommen mir direkt ins Auge rein Fuck yeah Alles klar Wofür brauche ich eine Zange und ein Hammer? Wofür brauche ich einen Hammer und eine Zange? Ich habe keinen besseren Schimmer Ach guck mal der Typ sieht glücklich aus Das ist unser Jason Faheys Oder ist das der Heilige Graal? Keine Ahnung Oh ich habe ihn seinen Zahn gezogen Ach so läuft das also Was im Teufel ist das denn? Was braucht er denn da? Alles klar Hallo Alles fresh Okay Okay hier kann ich auch nichts anfangen oder? Scheiße ist das Spiel kompliziert ey Gott fucking dammit Was soll ich denn tun? Ich habe ein Auge, ein Zahn, ein Ohr und Hammer und Zange Alles klar Zahnfee The fuck Warte muss ich hier unten was machen Wapp Pfff Wör rein Oh 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 Jetzt ergibt das alles einen Sinn W型 The fuck Eine Maske Wofür brauchen wir eine Maske? Für wen brauchen wir denn eine Ma...? Wo ist der? Wofür brauchen wir eine Maske? Ah, noch ein Zahn. Alles klar. Tun wir doch noch mal. Yay. Noch eine Münze. Ich liebe Münzen. Fuck it. Alles klar. Schön, dass ich noch eine Münze habe. Ich bringe diese scheiß Münze. Die Türke bekomme ich... Oh! Oh, das war... Oh! Okay, jetzt weiß ich, wie viel... Die Münze brauche. Okay. Ohrenfee... Ohrenfee... Was? Ohrenfee... 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 Okay... Wozu und dafür finde ich hier einen Topf? Alles klar. Eine halbe Münze... Drop the beat, drop the fucking beat, so, oh, 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 ich hab ungutes Gefühl, was, nein, das scheiße will ein Knochen haben, brauchen Knochen, fuck, okay, noch ein Knochenzahl, ah, Knochen, hau ab, ah, scheiße, oh, 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 nein, 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 stirb, bitch, wie jetzt? Alles klar, ich würde mal sagen, das war es schon mal von Bad Dream Cyclops, Cyclops, wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, bis dann.